Lieber Daniel, wir stehen hier im Tirolberg, du strahlst über das ganze Gesicht. Wir haben gerade gehört, du hast eine knackige interne ÖSV-Quali gewonnen und den letzten Super-Ski-Platz. Wie erleichtert bist du? Ja, natürlich sehr. Die Woche fängt schon mal sehr gut an, würde ich sagen. Und es war vor zwei Wochen nie zu erträumen, dass ich jetzt einmal da rumstehe. Aber dann mit Kitzbühel eigentlich und seitdem bin ich in Form und selbst daran stimmt. Und heute habe ich es gleich gezeigt, dass ich bereit bin für Mittwoch. Wie kommst du da mit den, sage ich einmal, sehr speziellen Bedingungen zurecht? Trockener Schnee, eisige Kälte? Ja, kalt ist ziemlich, aber das muss der Rom eh gemäht sein. Und von den Bedingungen her, ja, ich bin eigentlich heute erste Fahrt, habe ich mir ziemlich schwer da noch ein bisschen beim Freifahren. Aber dann, sobald das nicht aufgegangen ist, habe ich eigentlich gleich einmal die Abstimmung gehabt und dann ist es gut gegangen. Wie wirst du dir jetzt, sage ich einmal, die letzten zwei Tage, die letzten Stunden vor deinem Auftritt, vor der Medaillenjagd verbringen? Ja, schauen, dass es ziemlich ruhig wie möglich runterläuft und morgen halt gleich wieder morgen gut vorbereiten auf Mittwoch und dann Mittwoch mit Vollgas ins Training gehen. Das heißt, du nimmst die Abfahrtstrainings mit, um dich richtig auf den Super-Ski einzustimmen? Ja, genau, das ist sicher, wenn morgen da ein Training ist, das nehmen wir gleich mit, weil nachher da fahrst du auf den Pisten runter. Das ist natürlich ein gescheiter Vorteil, wenn das ist, weil dann kennst du einmal die Pistenverhältnisse und die Übergänge und alles und das ist sicher Hilfe, ja. Wer sind für dich da die großen Favoriten im Super-Ski? Ja, natürlich für uns, die Mannschaft, die ersten, die drei sind natürlich alle Top-Favoriten und die können natürlich alles holen. Ich schätze, die Norweger werden sicher eine Rolle mitspielen und ja, aber ich glaube, dass das unsere schon machen werden. Und du selbst? Ja, ich bin sicher in der Außenseiterrolle, aber ich werde einfach voll Gas geben, voll und drucken und sicher ein Ziel, was bei einem WM dabei ist, muss jetzt zwei Medaille sein und ich werde dafür alles geben und voll und drucken und dann schauen wir, was rauskommt.